Herzlich willkommen bei der Sendung «Gelten! Schönen Abend!» Beim Geldanlegen kann einiges schiefgehen. Das haben viele im vergangenen schlechten Börsenjahr 2022 brutal zu spüren bekommen. Viele haben angesichts der vielen Unsicherheiten gemerkt, dass sie mit der Verwaltung des eigenen Vermögens überfordert sind oder schlicht Freude daran verloren. Abhilfe schafft in solchen Situationen eine Vermögensverwaltung, in der das Geld nach den Grundsätzen der modernen Portfolio-Theorie professionell investiert. Früher musste man dafür oft ein Anlagevermögen von mindestens einer Million Franken mitbringen. Heute ist die Vermögensverwaltung auch bereits für kleinere Beträge dank dem Einsatz des Fonds möglich, je nach Lösungen auch schon für wenige Tausend Franken. Für wen ist eine Vermögensverwaltung sinnvoll? Mit was für Kosten muss man rechnen? Und was darf man von einer professionellen Vermögensverwaltung erwarten? Darüber reden wir jetzt mit Pascal Bruder, Teamleiter Privatkunden bei der Akrevis Bank. Was umfasst so eine professionelle Vermögensverwaltung alles? Ich glaube, so eine professionelle Vermögensverwaltung darf man durchaus als rundum sorgloses Paket bezeichnen. Anfangen wird im Normalfall mit einem Erstgespräch, wo Kundenbedürfnisse abklärt werden. Dann definiert man zusammen eine Anlagestrategie und dann liegt der Ball bei der Bank. Sie ist dafür verantwortlich, wie die Gelder investiert werden, nach der eigenen Anlagegrundsätze der jeweiligen Bank. Sie ist aber auch dafür verantwortlich, dass die Strategie jederzeit eingehalten wird. Natürlich gehört dann auch jährlich ein Auszug, ein Steuerauszug oder auch einen regelmässigen persönlichen Austausch dazu. Früher hat man für eine professionelle Vermögensverwaltung sehr viel Geld auf der hohen Kante haben. Wo liegt denn heute die Eintrittschwelle für eine professionelle Vermögensverwaltung? Das ist tatsächlich so. Früher hatte man eine Eintrittschwelle von 300'000 Franken bis zum Teil gegen eine Million. Heute sind viele Vermögensverwaltungen standardisiert und digitalisiert worden. Dadurch ist die Eintrittschwelle massiv oben runtergekommen und steht dann einer viel grösseren Bevölkerungsschicht zur Verfügung. Bei uns ist es beispielsweise schon möglich, zu mit 20'000 Franken zu investieren. Oder wenn man den Fokus auf Nachhaltigkeit legt, bei 50'000 Franken. Natürlich gibt es da immer noch von Bank zu Bank kleine Unterschiede. Die Höhe des Anlagenbetrags ist das eine. Das andere sind die effektiven Kundenbedürfnisse. Für wen eignet sich denn so eine professionelle Vermögensverwaltung? So eine Wertschriftenanlage ganz grundsätzlich eignet sich für alle, die ein paar Franken auf der Seite haben, die das Geld mittel- bis langfristig nicht brauchen und ein wenig mehr rausholen wollen wie einfach nur den Zins auf dem Konto. Vermögensverwaltung im Speziellen eignet sich dann für die Leute, die sich eben nicht selber um die Wertschriften kümmern wollen. Das kann verschiedenste Gründe haben. Zum einen liegt es vielleicht an fehlender Zeit, aber auch an fehlender Interesse, sich mit den Märkten und den Börsen auseinandersetzen müssen. Und dann ist es natürlich sehr praktisch, wenn die Bank sich um das kümmern. Digitalisierung hat auch die Vermögensverwaltung stark verändert. Dank digitalen Lösungen können selbst komplexe Anlagenstrategien selbst für kleinere Beträge einfach umgesetzt werden. Durch den Einsatz von Anlagefonds erreicht man auch mit wenig Geld eine sehr breite Diversifikation in verschiedene Anlageklassen, Märkte und Währungen. Eine starke Bedeutung hat auch bei den Vermögensverwaltungsansätzen, die den Fokus nebst der Rendite auf nachhaltige Anlagen setzen. Was macht in der Praxis den Unterschied aus, wenn man gerade bei einer professionellen Vermögensverwaltung auf einen nachhaltigen Ansatz setzt? Nachhaltige Anlagen berücksichtigen nebst den traditionellen finanziellen Faktoren eben auch ökologische, soziale oder sogenannte Governance Aspekte. Also wir schauen die Unternehmensführung an, zusammengefasst unter sogenannten ESG-Kriterien. Der Mythos, dass nachhaltige Anlagen weniger rendieren als herkömmliche Anlageklassen, hätte schon ganz lange wieder leicht werden können. Es ist einfach so, wenn man in Nachhaltigkeit investiert, wir investieren in dynamische, zyklische und vor allem zukunftsgerichtete Unternehmen. Und da darf man natürlich nicht ausser Acht lassen. Das letzte Börsenjahr hat eindrücklich gezeigt, dass es auch da schwierige Phasen gibt. Aber ich glaube, auf den langfristigen Horizont muss das keinen negativen Einfluss haben. Bei Vermögensverwaltungsmandaten wird meistens auch stark auf Anlagenfonds gesetzt, vermehrt eben auch auf nachhaltige Fonds. Mit was für Kosten muss man bei einer professionellen Vermögensverwaltung rechnen? Vor allem dank den standardisierten Vermögensverwaltungen, die auf Fonds basieren, können die Kosten sehr tief gehalten werden. Wir reden hier von unter 1%. Bei uns beispielsweise 0,8% der investierten Summen. Wenn man den Fokus auf Nachhaltigkeit legt, ist der Aufwand für die Banken ein bisschen etwas höher. Und darum liegt der Preis dort vielleicht leicht über 1%. Wichtig ist davon noch zu erwähnen, wir reden von sogenannten All-in-Fees, also Pauschalgebühren. Bei diesen 0,8% beispielsweise ist alles inklusiv. Also sämtliche Transaktionen, sämtliche Auszüge, alle Beratungen usw. Und man muss nicht Angst haben, dass man irgendwie mit versteckten Gebühren konfrontiert wird. Jetzt müssen wir allerdings aufpassen. Vermögensverwaltung ist nicht gleich Vermögensverwaltung. Die Angebotspalette gab von reinen Smartphone-App-Lösungen, wo alles rein digital läuft, bis zu persönlicher Kundenberatung und persönlicher Vermögensverwaltung. Im Rahmen von klassischen Mandaten, die wesentlich aufwendiger sind, eben wegen der persönlichen Beratung. Wie findet man sich, wie findet man für sich selber die passende Vermögensverwaltung? Natürlich schwierig zu sagen und hängt sehr stark von den persönlichen Präferenzen ab. Wenn man rein einfach nur auf die Kosten schaut, ist natürlich eine digitale Lösung über das Smartphone sicher die Variante, die man bevorzugen muss. Aber gerade die klassische Vermögensverwaltung, die punktet eben natürlich gerade mit der umfassenden persönlichen Beratung, wo dem Kunden unter Umständen eine sehr grosse Portion Sicherheit geben kann. Ich empfehle Ihnen darum, grundsätzlich auf das Gespräch mit der Bank zu suchen, damit man eben gerade solche individuelle Wünsche berücksichtigen kann. Danke vielmals für die Einschätzungen, Pascal Bruderer. Berascht doch, die Zeit vergeht. Das sagen sich Eltern oft, wenn ihre Kinder gross geworden sind und zu Hause ausziehen, weil sie in einer anderen Stadt eine Ausbildung machen oder mit einem Freund oder der Freundin eine eigene Wohnung beziehen. Der Moment, in dem die erwachsenen Kinder zu Hause ausziehen, hat nicht nur Folgen für die Älteren, sondern auch für die Jungen, die sich plötzlich selber um vieles kümmern müssen. Auch um ihren Risikoschutz. Wann brauchen die Jungen eine eigene Versicherung? Und auf welche Polissen sollte man trotzdem ein enges Budget nicht verzichten? Wir bringen die Einschätzungen zum nächsten Mal wieder hier in der Sendung Gelb. Einen schönen Abend! Einen schönen Tag! Und da, das ist, wir haben heute noch gehalten. Einen schönen Tag! D